Verstehst du, was du liest? Herzlich willkommen zum Schlosskolleg. Diesmal ein bisschen anders und dennoch hoffe ich, dass es eine intensive Tagung wird. Schon zweimal haben wir diesem Titel Leben eingehaucht. Wir sind diesem Titel nachgegangen, dem Wort aus der Apostelgeschichte. Der Philippus, den Kämmerer, fragt, verstehst du eigentlich, was du liest? Und der Kämmerer sagt, wie denn, wenn es mir keiner erklärt? Und so wollen wir euch auch dieses Mal wieder mit hineinnehmen in biblisches Denken, hebräische Sprache und wollen das etwas entdecken und versuchen, so tiefer zu begreifen und dann auch zu verstehen, was wir im Neuen Testament haben, was uns die Bibel mitgibt. Denn das Neue Testament kommt zutiefst aus dem, was wir im ersten Teil der Bibel im Alten Testament finden. Auch eben auf diesem Kolleg wollen wir das tun. Und wir möchten einige Grundmuster biblischer Sprache betrachten, wollen da weitergehen, wollen einige Nuggets im Laufe dieser Tagung heben, dieses Seminars. Und ja, es steht so ein bisschen drüber, nach links geschrieben, nach rechts gelesen. Nun, das Hebräische wird nach links geschrieben. Aber wir sind aufgewachsen damit, dass man nach rechts rüber liest. Und merkt man, das sind schon zwei komplett verschiedene Denkwelten. Und da wollen wir uns hineinbegeben in das, was wir denn finden. Was bedeutet diese Denkwelt, wenn man ganz woanders anfängt? Das, was bei uns eigentlich das Ende ist, ist in der Bibel immer der Anfang. Und ja, wir wollen noch einmal wagen, einige tiefere Einblicke in die hebräischen Hintergründe der Worte und Aussagen Jesu und im Neuen Testament zu machen. Was hat es überhaupt auf sich mit dem Wort Gottes? Warum sind Worte generell so wichtig? Und wo liegt dann auch der Unterschied zwischen dem griechischen Ansatz zu denken und dem Hebräischen? Und den ersten Zugang möchte ich mit euch hier machen. Der Titel von diesem ersten Block heißt einfach, am Anfang war das Wort. Diesen Satzanfang kennen wir gut aus dem Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort, en arché en hologos. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und da kommt immer dieses Logos vor. Und wenn man ein theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament dann zurate zieht, was bedeutet jetzt dieser Logos? Ja, dann findest du 40 Seiten, über 40 Seiten Erklärung, was dieser Logos denn jetzt sei. Und das ist noch wenig. Und du hast am Ende Kopfweh und du blickst überhaupt nichts. Und du denkst dir, was, das war's jetzt? Und ich frage mich dabei immer wieder, war der Johannes wirklich so ein griechischer Philosoph? Der kam doch ganz aus dem jüdischen Hintergrund. Er war ein Fischer, irgendwo aus Galiläa am See Genezareth. Letztlich geht es ja um die Frage, wie eine Idee Wirklichkeit werden kann. Wie ist es jetzt, dass das Sein und die Zeit, das Ewige und Wandelbare, der Gedanke und die Geschichte zusammenhängt? Wie bekommt man das auf die Reihe? Wie wird das eine und das andere? Wie hängt das zusammen? Und wie gesagt, der Johannes, der war kein griechischer Philosoph. Und trotzdem, viele Theologen hätten das gerne so. Aber wenn man dem nachgeht und sagt, was ist jetzt dieser griechische Logos? Dann merkst du, du landest in philosophischen Abhandlungen und die kann man sich sparen. Denn wenn man das Wort ernst nimmt, das Johannes im Kopf hatte, kommst du ganz woanders hin. So lautet die hebräische Übersetzung dieses ersten Verses aus dem Johannesevangelium. Also am Anfang war das Wort. Johannes beginnt mit einem interessanten Wort. Bereshit. Und Bereshit ist das allererste Wort, das wir in der Bibel überhaupt finden. Im Alten Testament. So beginnt unsere Bibel. So beginnt erstes Buch, erstes Buch, erstes Kapitel, erster Vers. Bereshit. Im Anfang. Und dann sagt er weiter, im Anfang, Hayah Hadawar. We Hadawar, Hayah ethe Elohim. We Elohim, Hayah Hadawar. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dreimal kommt dieser Begriff Davar vor. Dalet, De, Bet und Resch. Was es heisst, werde ich gleich noch erklären. Und das Bet, das kann man auch als V oder Vet aussprechen. Also, Davar. Biblischer Glaube hat vor allem Dinge oder vor allem mit dem Ohr zu tun und nicht mit dem Auge. Der Schwerpunkt liegt auf dem Hören und nicht auf dem Sehen. Das Hauptwort heisst eben, höre Israel. Schema bedeutet Hören, Horchen, Hinhochen, Gehorchen. Und in diesem Sinne dann logischerweise natürlich auch verstehen. Das fünfte Buch Mose heisst Worte. Einfach nur Worte. Devarim, die Mehrzahl von Davar, Devarim. Und darin findet sich, in diesem fünften Buch Mose, findet sich 92 Mal das Verb Hören. Glaube in der Bibel hat eben immer mit Hören zu tun, mit Hinhören, mit Horchen und Gehorchen zu tun und viel weniger als mit Sehen und Hinsehen. Fromme Juden bedecken beim Beten des Glaubensbekenntnisses eben dieses Hauptsatzes. Höre Israel, der Herr, dein Gott. Bedecken sie die Augen, weil die Welt des Sehens soll ausgeschlossen werden. Der Fokus liegt ganz auf dem Wort, auf der Kommunikation, auf dem Reden Gottes und dem Hören derer, die auf ihn hören wollen. Die Götter der anderen Völker, die waren sichtbar. Da hast du die Sonne, die Sterne werden vergöttert, der Mond, Flüsse, Regen, Sturm, Viecher. Und die Bibel setzt sich dem entgegen. Sie sagt, keine Bilder oder genauer, kein Bildnis von Gott. Es ist was anderes. Es geht um das Hören, um die Kommunikation. Das Universum ist für den Psalmisten einfach nur das Werk deiner Hände. Die Welt, die Natur ist Gottes Werk, aber nicht Gott als solches. Und darum soll die Natur und die Dinge der Natur auch nicht vergöttert werden. Natürlich kann man Gott in seinen Werken entdecken. Aber Gott offenbart sich vor allen Dingen in Worten, in seinem Wort. Deswegen nennen wir die Bibel ja auch Gottes Wort. Im 5. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 12 steht, Und der Herr redete zu euch mitten aus dem Feuer. Der Herr redete zu euch mitten aus dem Feuer. Die Stimme der Worte hörtet ihr, aber ihr sah keine Gestalt. Nur die Stimme war zu hören. Übrigens, die Bibelstellen, die kann man dann auf einem Extrablatt zum Nacharbeiten bekommen. Das wird dann alles zum Download möglich sein. Also, 5. Mose 4, Vers 12. Dann haben wir den Elia. Der macht die Erfahrung, dass Gott weder im Sturm noch im Feuer und auch nicht im Erdbeben war, sondern in der stillen, leisen Stimme. Das ist ja eine eigenartige Umschreibung. Wie kann eine Stimme still sein und leise? Und doch wird Gottes Stimme so beschrieben. Eine stille, leise Stimme. Gott offenbart sich in Worten. Da war. Da war bedeutet Wort, Sache, Ereignis, Angelegenheit. Wort, Sache, Ereignis, Angelegenheit. D-B-R-da-Var. Das B wird mehr wie so ein W ausgesprochen. Also Wort, Sache, Angelegenheit. Aber auch Ereignis. Das Verb bedeutet dann reden, sprechen. Es gibt noch ein zweites Wort oder ein zweites Verb für sprechen oder sagen. Das ist Amar. Und das Wort Amar wird gebraucht, wenn etwas erzählt wird oder wenn jemand bei sich spricht. Also Gott spricht und Gott sprach, es werde Licht. Dann heißt es, Vajomer Elohim und Gott sprach. Da war hingegen ist das Gespräch, ist der Dialog, ist das Reden miteinander. Amar ist, wenn jemand spricht oder zu sich selbst redet. Aber da war ist das Gespräch, ist das Reden. Und deswegen heißt es auch im fünften Buch Mose und im vierten Buch Mose und der Herr redete all diese Dinge mit Mose in der Wüste. Ganz interessant. Da werden die Dinge beredet, da ist ein Dialog da. Also in diesem Wort schwingt noch mehr mit. In diesem Wort da war. Es hat auch etwas von Hervorbringen zu tun, von Vorantreiben. Aus dem Wort wird etwas, entsteht etwas. Das ist nicht nur so, dass da jetzt etwas beredet wird, sondern es ist eben auch eine Sache, eine Angelegenheit, die etwas hervorbringt. Vielleicht kennt ihr den biblischen Namen Deborah. Deborah wird mit der gleichen Wurzel geschrieben. Und da haben wir wieder das D, das B, das R und dann haben wir noch das H am Schluss. Und Deborah heißt Biene. Übrigens, je nachdem, wie man es schreibt, kann es auch Stachel bedeuten. Etwas, was mich nicht in Ruhe lässt. Deborah, die Biene oder der Bienenschwarm. Deborah ist die gleiche Wurzel wie der Wahr, Reden, Sache, Angelegenheit. Deborah ist die Prophetin, die wir kennenlernen im Buch Richter, Kapitel 4. Hier, der Zusammenhang ist offensichtlich. So wie die Biene ihr Werk tut, so bringt auch die Prophetin das Wort Gottes hervor. Nicht, weil sie so fleißig wäre und so viel studiert hat, sondern weil sie, wie die Biene, nach der sie benannt ist, einfach dazu da ist. Die Biene ist dazu da, Honig hervorzubringen. Und da war, die Prophetin ist dazu da, Gottes Wort hervorzubringen. Ja, und jetzt wissen wir auch, wieso das Gottes Wort da war mit Honig verglichen wird. Da ist der Zusammenhang. Gottes Wort ist süßer als Honig. Die Rabbis, wenn die den Kindern beibringen, das Wort Gottes zu lesen, dann bekommen die immer einen Tropfen Honig auf den Finger und dürfen den abschlecken, bevor sie die Seite umblättern und weiterlesen. Es soll sie daran erinnern, dass das Wort Gottes süßer als Honig ist. Und da ist der Zusammenhang. Die Biene, die Honig hervorbringt, da war, Deborah. Das Wort Gottes bringt etwas hervor und gewinnt Struktur. Reden und Handeln kommen bei Gott immer aus der gleichen Quelle und führen beide zu Resultaten. Egal, ob es das vernommene Wort ist oder die wahrnehmbare Sache. Da war, Wort, das zur Sache wird, so wie die Biene Honig und strukturierte Waben hervorbringt. Es ist eigentlich ganz einfach. Am Anfang war das Wort. Das Wort, das von Gott aus geredet wird, bringt alles hervor. Und so sagte Johannes sogar, ja, Gott selber ist das Wort. Gott selber ist Kommunikation. Gott selber ist der, aus dem alles hervorkommt, alles wird. Es kann gar nicht anders sein. Das, was noch nicht sichtbar wird, wird greifbar und begreifbar, wenn Gott es redet. Es ist eigentlich gar nicht kompliziert. Es kann nicht anders sein. Die Worte, die Gott spricht, werden dann zur Weisung und zur Wegweisung. Und da haben wir unser Wort Thora. Wir haben ein T, ein O, ein R und ein H. Also Weg, Weisung. Die Weisung ist die Thora. Ja, was soll es? Mir den Weg weisen, logisch. Mir weisen, wie man durchs Leben kommt. Übrigens, diese Thora, diese Weg weisen, die fünf Bücher Mose, die sollten alle sieben Jahre dem Volk vorgelesen werden. Das finden wir als Befehl in 5. Mose 31, die Verse 10 bis 13. Ich werde es euch vorlesen. Mose befahl ihnen alle sieben Jahre im Erlassjahr beim Laubhüttenfest, wenn ganz Israel vor dem Herrn, deinem Gott, an dem Ort erscheint, den er auswählen wird, sollt ihr dieses Gesetz öffentlich vorlesen. Wörtlich heißt es hier eigentlich ausrufen lassen, so etwas wie proklamieren. Also solltet ihr dieses Gesetz, Thora, solltet ihr diese Wegweisung, das, was Gott geredet hat, öffentlich ausrufen lassen. Ruft dazu das ganze Volk zusammen, Männer, Frauen und Kinder, auch die Fremden an euren Orten, damit sie hören und lernen und vor dem Herrn, eurem Gott, Ehrfurcht haben und damit sie alle Bestimmungen dieses Gesetzes, dieser Wegweisung genau beachten. Auch ihre Kinder, die dieses Gesetz noch nicht kennen, sollen zuhören, damit sie Ehrfurcht vor dem Herrn gewinnen, eurem Herrn. Solange ihr in dem Land lebt, das ihr jetzt in Besitz nehmen werdet, wenn ihr über den Jordan gezogen seid. Also, man sollte zusammenkommen und dieses Zusammenkommen ist ein Erlebnis der Ohren und nicht der Augen. Das ist interessant. Wir leben heute in einer Welt voller Bilder. Heute werden wir mit Bildern zugeballert. Aber die biblische Kultur ist ein Zusammenkommen, ein Erlebnis der Ohren. Man soll hinhören. Das göttliche Wort ist eben etwas, dass man viel mehr hört und nicht so sehr sieht. Es ist ja so, dass die Möglichkeit, dass jeder eine Abschrift hat von der Bibel, das ist ja noch nicht so lange. Das kam mit dem Buchdruck so langsam. Heute kriege ich in der Bibel um knapp drei Euro schon. Aber davor war das nicht so. Man soll dem Vorleser mit den Ohren genau folgen, darauf achten und weniger mit eigenen Augen dem geschriebenen Text folgen. Josia zum Beispiel macht das. Als Josia die Tora wiederentdeckt, die fünf Bücher Mose, dann befolgt er dieses Gebot. 2. Könige 23, die Verse 1 bis 3. Da ließ der König alle Ältesten von Jerusalem und Judah zu sich kommen und ging mit allen Männern von Judah in den Tempel hinauf und mit ihm alle Einwohner Jerusalems, die Priester, die Propheten und überhaupt das ganze Volk, klein und groß. Dort ließ er ihnen das ganze Bundesgesetz vorlesen, das im Haus Gottes gefunden worden war. Der König stand auf der obersten Stufe und schloss einen Bund mit dem Herrn. Er verpflichtete, das ganze Volk dem Herrn nachzufolgen, seine Gebote, Anweisungen und Ordnungen mit ganzem Herzen, ganzer Seele zu befolgen und alles zu erfüllen, was in der Schriftrolle gefordert war. Das ganze Volk trat in den Bund ein. Also, er steht auf einem Podest und liest vor. Der Esra macht das genauso. Das lesen wir in Nehemiah 8, 1 bis 3. Ihr könnt das selber nochmal auch nachlesen. Und es ist wieder Laubhüttenfest am ersten Tag des siebten Monats. Das brachte der Priester Esra die Weisung, die Tora, vor die ganze Versammlung, vor die Männer und Frauen und alle Kinder, die es schon verstehen konnten. Und vom frühen Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wassertor aus dem Buch der Weisung vor. Und das ganze Volk hörte aufmerksam auf die Worte des Buches. Es ist wieder ein Erlebnis des Ohres und nicht des Auges. Aber warum ist das Hören so wichtig? Was ist denn der Unterschied zum Sehen oder zum Lesen? Nun, Hören braucht Zeit. Hören kann man nicht überspringen. Beim Lesen kannst du einen ganzen Satz auf einmal wahrnehmen. Das ist ja eigenartig, dass wir das schaffen. Man kann sich sogar trainieren, querbeet zu lesen. Dass man einfach Seiten überfliegt und dann merkst du, ah ja, okay, um das geht es ungefähr. Beim Hören kannst du das nicht. Wir können beim Lesen auch zum Ende des Textes gehen und schon mal den letzten Satz lesen, die letzte Seite spoilern. Und dann sehen wir schon, wie es ausgeht. Und dadurch verpasst du wahrscheinlich einige Nuancen des Textes. Hören braucht Zeit. Hören fordert Aufmerksamkeit. Hören ist ein Prozess durch die Zeit. Beim Hören sind wir auch in Spannung gehalten. Man weiß nicht, was als nächstes kommt. Und Gottes Wort wurde uns gegeben zum Hören. Und darin ist nichts zufällig platziert. Wir werden es dann gleich noch sehen. Auch so ein paar Geheimnisse, die so in der Sprache liegen. Darum ist die höchste biblische Tugend das Hören auf das Reden Gottes. Aber nicht nur auf das Reden Gottes, sondern auch letztlich auf das Reden der Mitmenschen. Es ist immer beides. Auf diejenigen, die keine großen Wortführer sind. Auf diejenigen, die in den Augen der Gesellschaft irgendwo Randprodukte sind. Das Volk Gottes wird geboten, zu hören. Höre. Manchmal geschieht dieses Reden. Deswegen muss man auch so wach sein durch eine schmale, leise Stimme. Wo hört man gut? Das ist jetzt die Frage. Wir sind in einer sehr lauten Welt unterwegs. Und ich habe vier junge, erwachsene Kinder. Die haben mehr oder weniger den ganzen Tag die Ohrstöpseln drin und ziehen sich irgendwas rein. Wie kannst du da hören? Du hörst da irgendwas. Aber wie kannst du jetzt auf Gottes Wort hören? Wie geht das? Gottes Wort wird dem Volk gegeben, als sie in der Wüste unterwegs sind. Bei ihrem Zug durch die Wüste. Dieses Wort, da war, spielt in der Wüste eine ganz wichtige Rolle. Gott bespricht seine Angelegenheiten in der Wüste mit Mose und mit seinem Volk. Viertes Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai. So, auf Deutsch klingt das alles ziemlich normal. Aber wir werden gleich sehen, wie viel Wortspiel das da drin ist. Im fünften Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1. Dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel gesprochen hat, jenseits des Jordan in der Wüste, in der Araba, gegenüber von Suf, zwischen Paran und Tofel, Laban, Chazeroth und Disahab. Komische Namen, aber so heisst das heute. Dies sind die Worte. Dies, Eleh, Davarim, Asher, Davar, Moshe, also die Mose gesprochen hat. So, was heisst jetzt aber Wüste? Nun, Wüste hängt mit dem Wort Davar zusammen. Wüste ist nämlich die Mitbar. Eigentlich müsste man hier sagen, die Wortung. Wir haben ein M und dann wieder D-B-R. Mitbar, M, D-B-R, Wüste. Also eigentlich Wortung. Wenn Davar Wort ist, dann ist Mitbar aus dem Wort. Wenn man es genau nimmt, das M, auch die Präposition. Also aus dem Wort, aus der Wüste. Der Herr und der Herr redete, Davar, zu Mose, in der Mitbar. Alles, was da jetzt besprochen gehört. Also Wüste und Wort kommt aus derselben Wurzel, aus derselben Wortfamilie. Das vierte Buch Mose heisst auf Hebräisch Wüste oder in der Wüste. Bermitbar. Das fünfte Buch Mose heisst nur Davar, Davarim, Worte. Wüste ist in der Bibel, also nicht nur ein Land voller Sand, Steine, Kamele oder Fata Morganas, sondern irgendwo ist es immer das Wohnen in der Zwischenzeit. Wie ist das gemeint? Man ist nicht mehr in Ägypten, aber man ist auch noch nicht im verheißenen Land. Da zeltet man, da wohnt man, da hat man Vieh und tut alles, was man im Leben tut. Und in der Wüste, man lebt. Und genau dafür ist das Wort Gottes gegeben. Für mein Leben hier unterwegs, in der Wüste. Hier gibt Gott die zehn guten Worte. Das, was wir als zehn Gebote kennen, sind in der Bibel die zehn Davarim, die zehn guten Worte. Hier ist das Leben und hier soll eben ein Zwiegespräch zwischen Gott und uns Menschen sein. Das passiert in der Wüste. Da ist Davar. Und in der Wüste bekommen sie etwas mit. Und Manna. Es wird im Neuen Testament auch mit dem Wort Gottes verknüpft. Wonach schmeckt das? Nach Milch und Honig. Und die Biene ist da auch irgendwo mit drin. Es soll ein Vorgeschmack sein, dieses Reden Gottes auf das Land, wo Milch und Honig fließt. Ja, übrigens, wenn ihr die Geschichte von der Deborah in Richter 4 lest, werdet ihr auch sofort herausfinden, wieso die Milch dort so eine wichtige, zentrale Rolle spielt. Also selber nachlesen. Warum aber Wüste? Warum Mietbar? Nun, Wüste ist ein guter Ort. Wüste ist ein wichtiger Ort. Es ist ein Ort, wo Gott das Herz verändert. Es ist ein Ort, wo Gott seine Kinder vorbereitet. Ein Ort der Erziehung. Ein Ort des Lernens. Es ist auch ein Ort der vertieften Erkenntnis Gottes, wer Gott wirklich ist. Und es ist ein Ort des Reifwerdens im Glaubens. Die Wüste ist der Ort, die Landschaft, wo nur noch Gott überbleibt. Ich hatte das Vorrecht, im November 2019 vier Tage in der Wüste im Negev zu wandern. Und man wird ganz, ganz schnell still, weil in der Wüste ist es komplett still. In der Wüste hört man keine Vögel, in der Wüste hörst du gar nichts. Und sobald du in der Wüste bist, beginnt das Zwiegespräch. Das Zwiegespräch mit Gott. Ja, da wird alles reduziert. Da bist du nicht abgelenkt. In der Wüste bist du ganz auf Gott geworfen. Entweder ist Gott jetzt ganz Gott oder es ist alles aus. In der Wüste werden wir zurückgeführt zum Wesentlichen. Wir sind allein mit Gott. Aber Gott ist genug. Andere Quellen der Erfüllung fallen weg. Gott ist genug. Und ich habe euch da einen Text dazu gegeben. 5. Mose 32, die Verse 9 bis 12. Das sind ein paar Zeilen aus dem Lied des Mose. In der Wüste kommt Gott zu Wort. Das ist es, weswegen Gott immer und immer wieder das Heil aus der Wüste holt und bringt. Weil die Wüste der Ort der Vorbereitung und der Erneuerung ist. Auch Bußbewegungen und Heil kommen letztlich aus der Wüste. Mose, Elia, Israel, Johannes, Jesus. Das ist alles eine Linie. Und dann haben wir in der Wüste natürlich auch noch die Zahl 40. Mitbar und die Zahl 40. Die Zahl 40 spielt immer eine große Rolle mit Erziehung, mit Schulung und mit Prägung. Und meistens hat es mit der Wüste zu tun. 40 Tage dauerte der Marathon Elias durch die Wüste zum Berg Horeb. Wenn man sich die Strecke allerdings genau anschaut, dann fragt man sich, wieso das 40 Tage gebraucht hat. Denn von Beersheba bis zum Horeb sind es etwa 10 Tagesmärsche, aber nicht 40. Aber Elia musste verändert werden. 40 Jahre ist Mose in der Wüste. 40 Tage, die Mose auf dem Sinai ist. 40 Jahre, die Israel dann in der Wüste umherirrt, weil sie sagen, wir können nicht in das Land. 40 Tage, die Jesus in der Wüste versucht wird. 40 Tage, die sich Jesus Zeit nimmt, um seine Jünger auf die wichtigste Aufgabe vorzubereiten, um sie zu schulen und zu prägen. Und dann kommt Pfingsten. Die Zahl 40 und Wüste, die hängen immer ganz stark zusammen. Weil die Zahl 40 für Vorbereitung, Schulung und Prägung steht. Und es ist interessant, dass Jesus nach 40 Tagen seiner Auferstehung bei den Jüngern war. 40 Tage nimmt er sich Zeit, nach Ostern, um zu erklären, was die Auferstehung bedeutet. 40 Tage bekommen sie erklärt, was sie haben. Und dann sagt er ihnen, was sie tun sollen. Mir ist gegeben alle Gewalt, darum geht hin. 40 Tage lang hat er ihnen erklärt, was es heißt, dass ihm alle Gewalt gegeben ist. 40 Tage ist die Zeit, die Gott mir sagt, was ich an ihm habe. Und dann wird er mir sagen, was er mit mir vorhaben will oder was er von mir haben will, was er von mir erwartet. Übrigens, Milch ist das letzte Wort, das ich euch hier noch nicht übersetzt habe. Milch heisst Chalaf. Ein Chet, ein Lamed und ein Bet. Ja, und auf Hebräisch hat jeder Buchstabe auch einen Zahlenwert. Also Aleph ist 1, Bet ist 2. Und das ist jetzt interessant. Wir haben hier das Bet, das ist 2. Wir haben das Lamed, das ist 30. Und wir haben das Chet, das ist 8. Es gibt zusammen 40. In der Wüste haben wir Milch und Honig. Ein Geschmack auf das, was kommen wird. Und so hängt das alles zusammen. Es ist tief verwurzelt. Es hängt mit der Biene zusammen, die etwas hervorbringt. Am Anfang war das Wort. Was Gott spricht, wird. Es verändert. Es erzieht. Es geschieht. Es ist süßer als Honig. Es trägt uns durch die Welt. Und hält uns gespannt auf das, was noch kommen wird. Es nähert die Sehnsucht auf das Kommende. Hören wir also genau hin, was Gott zu sagen hat. Am Anfang war das Wort. Es kann gar nicht alles anders sein. Also es hängt zusammen. Wort, Reden, Sache. Da war. Deborah, die Biene. Mitbar, die Wüste. Oder aus dem Wort. Milch, Chalaf, gibt die Zahl 40. Und die Zahl 40 hängt mit der Wüste zusammen. Und mit dem Reden Gottes. Und auf das Reden sollen wir hören. Denn es gibt uns Wegweisung. Und wie gesagt, all die Bibeltexte sind extra aufgelistet. Und da kann man an dem weiterarbeiten und es vertiefen. Und ja, dazu möchte ich auch einladen, die nächsten Elemente und die nächsten Nuggets mit uns zu heben. In einem nächsten kleinen Video, das dann euch wieder zur Verfügung steht. Und ich möchte jetzt noch beten. Vater im Himmel, danke, dass dein Wort süßer als Honig ist und es den Geschmack auf das gibt, was du eigentlich bist. Milch und Honig. Danke, dass dein Wort auch das ist, was uns jetzt im Dialog mit dir durch diese Welt trägt. Im Dialog mit dir hilft, in dem Unterwegssein, da wo wir noch nicht sind, dieses Ziel zu erreichen. Dass wir gut bei dir ankommen. Durch den Zug aus der Wüste. Da, wo wir nicht hingehören. Ägypten, das ist nicht mehr. Aber ganz bei dir sind wir auch noch nicht. Und dafür hast du uns dein Reden, dein Mit-uns-Reden gegeben, dass wir auf deine Weisung achten. Und wir beten, dass es immer wieder süßer als Honig ist und uns daran erinnert, was uns noch alles erwarten wird. Habt du Dank dafür. Amen.